Hi and welcome to my channel. In today's video, I'm going to show you 25 common phrases. Ich bin gleich zurück. I'll be right back. Wie sagt man Apple auf Deutsch? How do you say Apple in German? Mach dir keine Sorgen. Don't worry. Einen Moment bitte. Just a moment, please. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. I don't know. Hast du kurz Zeit? Hast du kurz Zeit? Do you have a second? Wie ist deine Telefonnummer? Wie ist deine Telefonnummer? What's your telephone number? Fühlen Sie das Formular aus. Füllen Sie das Formular aus. Fill in the form. Tut mir leid. Tut mir leid. I'm sorry. Haben Sie eine Reservierung? Haben Sie eine Reservierung? Do you have a reservation? Haben Sie Steckdosen hier? Haben Sie Steckdosen hier? Do you have electrical outlets here? Was ist das? Was ist das? What is this or what is that? Das schmeckt sehr gut. Das schmeckt sehr gut. This is very tasty. Wo kann ich eine Fahrkarte kaufen? Wo kann ich eine Fahrkarte kaufen? Where can I buy a ticket? Gern geschehen or gerne. Gern geschehen or gerne. You're welcome. Um wieviel Uhr schließen Sie? Um wieviel Uhr schließen Sie? At what time do you close? Was machst du gerade? Was machst du gerade? What are you doing now? Ich freue mich schon darauf. Ich freue mich schon darauf. I'm looking forward to it. Hast du schon gegessen? Hast du schon gegessen? Have you eaten already? Das ist sehr nett von dir. Das ist sehr nett von dir. This is really nice of you. Ich muss mein Handy aufladen. Ich muss mein Handy aufladen. I need to charge my mobile phone. Ich werde sie verbinden. Ich werde sie verbinden. I will connect you. Könnten Sie bitte ein Foto von uns machen? Könnten Sie bitte ein Foto von uns machen? Could you take a picture of us please? Ein Glas Wasser bitte. Ein Glas Wasser bitte. A glass of water please. Auf wiedersehen. Auf wiedersehen. means goodbye and it's used formal. That's it for today. Thank you so much for watching. If you liked it, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe. Have a nice day and see you next time.